Nehmen wir mal diesen 16-Jährigen, das ist ja ein paar Jahre vorher gewesen. Der wollte Rapper werden, der wollte, dass Mama und Heimleiter ihn auf MTV sehen. Der musste aber auch irgendwie Geld verdienen. Ist mit diesen wilden Rudelhaufen Wölfe am Start. Wie sahen so einen Tag von dir aus? Entschuldigung. Also es muss ja einerseits viel Zeit… Erstmal musst du die Wohnung beschreiben. Die Wohnung hatte, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, Alter. Die stand übrigens noch bis vor einem Jahr. Ich wollte eigentlich für die Doku, die wir drehen, so über das, wollte ich in dieser Wohnung… Weil das hingen immer noch dieselben Vorhänge von mir, von wo ich 17 war. Dieses Haus war extra, wurde leer gewohnt mit Absicht und jetzt aber saniert. Wo ist das? Das ist in der Konstanzer Straße. Wir haben immer Thai-Park gesagt, weil es war… Dort gab es immer Poker-Spielen, genau. Und das ist aber jetzt nicht mehr so. Aber Thai-Park war to the fullest, alles gab es da. Von den Junkies bis und jeden Tag irgendwelche Schlägereien bis illegalen Poker-Runden und niemand hat irgendwas gemacht. Und für 50 Cent eine Föhr, selbst gemacht die ganze Zeit. Und natürlich war ich da so. Da habe ich gewohnt und da haben wir rumgehangen. Und der war auch nachts nicht so schön, der Park. Egal, diese Wohnung ist komplett Crack, nichts drin. Wie groß? Boah, die war gar nicht so schlimm. Es war ein Einzimmer und so ein Mini-Bunker, sage ich mal. Da lag eine Matratze drin, da habe ich drin gepennt. Und es hatte nicht mal ein Klo. Das heißt, wir sind irgendwo auf Baustellen, weil ich schon ab und an auf Baustellen gearbeitet habe, immer mal geholfen habe. Also seitdem ich 15 bin, war ich immer auf dem Bau, mal eine Woche, mal wieder nicht. Weil ich konnte ein bisschen was. Also handwerklich habe ich schnell gelernt zu der Zeit. Durch den Papa oder selber? Nee, weil ich schon, ich bin ja immer mal nicht zur Schule gegangen und wollte aber dann Geld haben. Und dann hat meine Mutter damals, hatten wir ja noch ein gutes Verhältnis oder okayes und kannten mir ein, zwei Leute oder über meinen Dad, der hat eine Baustelle, da helfe ich da. Ich habe malern gelernt oder spachteln gelernt und mein Scheiß. Und dann war ich immer irgendwo zu gebrauchen, wenn ich mal nicht was anderes gemacht habe. Das heißt, ich dachte, ich renoviere diese Wohnung, wo nichts drin war. Nichts. Das war ein Abfluss fürs Klo, was du dann da raufstecken musst. Und es war keine Küche drin, nichts. Das heißt, wir sind irgendwann im Baumarkt, ein bisschen Laminat geklaut. Das heißt, du kannst dir vorstellen, so eine Ecke war Laminat gelegt. Aber auch nur drei Quadratmeter, dann die Matratze auf dem Boden. Irgendeinen Tisch, den mein Vater mir mal gegeben hat. Und eine Toilette, die wir auch von der Baustelle mitgenommen haben und einfach darauf gepackt haben. Und peu a peu mit jedem Tag kam irgendein Krimskrams-Scheiß dazu, der uns dann weitergebracht hat. So, in dieser Bude haben wir dann gehockt. Das Einzige, was da war, war ein alter PC und eine Soundanlage, das ich schreiben konnte halt oder Mucke hören konnte. Internet auf jeden Fall auch Jock. Nichts. So, und wie sah der Tag aus? Dann bin ich wahrscheinlich in den Thai-Park gegangen. Da habe ich mich mit den Jungs getroffen. Wir hatten eine Wohnung von einem anderen Kollegen. Da haben wir dann irgendwie ein Tonstudio reingezimmert und haben statt Musik zu machen, einfach immer nur geguckt, wo wir Gras herkriegen oder wo wir Geld herkriegen, um dann vermeintlich für die Musik irgendwas zu machen. Im Endeffekt ist dieser Kreislauf so in die Hose gegangen. Wir haben nebenbei ein bisschen Musik gemacht. Das ging dann ein paar Jahre so. Und irgendwann haben wir dann uns gerauft, als es polizeilich zu eng wurde für einige und haben dann wirklich dort angefangen, Musik zu machen. Da kam dann dieses erste Einherz aus Chrom raus. Das war 2008, 2009. Auch gar nicht so lange her. Irgendwie. Ja, irgendwie schon, ja. Irgendwie nicht so. Also lange, aber irgendwie doch nicht. Wenn man sich das jetzt mal so… Ja, was sind 15 Jahre? Irgendwie, ja. Also für mich, gestern war ich noch 20, jetzt bin ich 35. Nicht lange, aber irgendwie auch echt viel passiert in der Zeit. Und der Tag sah dann genauso aus. Irgendwie rausgehen, ein bisschen was zu essen, für den Hund organisieren oder irgendwo Geld klar machen, dass ich wenigstens 10, 20 Euro hatte. Das war so die Penner-Phase, wenn ich es so nennen darf. Ein bisschen Pesto klauen gehen, damit man genug Nudeln hat. Die Nudeln dann auch abkochen für den Hund. Irgendwo Hackfleisch noch versuchen zu greifen. im Supermarkt, sage ich mal. Oder Kaffee zu greifen und beim Bäcker zu verkaufen, damit man ein bisschen Bargeld hat, um Hackfleisch zu kaufen. So war es alles. Das war so der 16-jährige Max, ja. Und wann lief der zum ersten Mal auf MTV? Wow. Ich glaube, ich glaube mit 23. Wie war das? 24. Weißt du das noch? 24 war das. Weißt du das noch, wie das für dich war? Ich, nee, ich habe es nicht wahrgenommen. Da habe ich zu der Zeit, also man muss sich vorstellen, zwischen 16 und 20 ist das so horrendisch explodiert mit den Sachen, wie extrem sie geworden sind. Vom Pesto klauen bis hin zu, ich klauen Kilo, bis hin zu, ich klaue 5 Kilo, bis hin zu, ich habe plötzlich einen Messerstich abbekommen, bis hin zu, also es multiplizierte sich irgendwie in eine Sache, die auch nicht mehr cool war für mich. Aber irgendwie war die Musik dann für mich kurzfristig so schlecht geworden, weil das alles damit zu tun hatte, weil wir das aus diesem Musikumkreis rausgemacht hatten. Dass ich dann angefangen habe, nee, ey, fuck it, ich muss jetzt irgendwas tun, Alter. Ich muss arbeiten, ich muss raus, weil Arbeit kann einem keiner anfechten. So, ey, das war für mich so alles andere, weil, ey, du musst jetzt kommen, wir haben hier was zu regeln mit irgendwem, wir brauchen dich. So, okay, ich bin da. Ey, weil ich war der Kleinere. Ey, du läufst jetzt los, du ziehst den ab oder du regelst das, du musst den ins Maul hauen. Dann war ich halt ein kleiner Soldat und dachte, ich keinen Bock mehr drauf. Ich war so, ey, nee, Alter, ich bin selbstbestimmt und wenn, dann machen wir das alles so, weißt du, so dieses vom Gamma zum Alpha-mäßige. Deswegen ist dieses das Eile entstehen. Habe ich dann irgendwie mir Geld zusammengeruppt aus allen Ecken und habe gesehen, ey, ich habe immer Rigger gesehen, weißt du, weil ich habe auch abends auf Veranstaltungen manchmal gearbeitet und geholfen, bin rumgerannt und irgendeinen Scheiß. Habe gesehen, die verdienen ganz gut eigentlich so. Also Rigger sind die, die sich umklettern und Lichter einhängen und so, die klettern in den Traversen. Ich war so, ey, was verdienen die? Und war dann so, okay, ey, das könnte ich machen, weil ich bin robust, ich habe keine Angst vor Dingen so, ich mache das und habe dann aber den falschen Kurs besucht sozusagen. Ich habe eine Industriekletterausbildung finanziert. Ich habe die aber durchgezogen und hatte Glück, dass der Typ war, ich war nie ein Arsch, ich war immer okay. Deswegen war ich ja wie so ein Soldat, wie so ein loyaler Köter. Mich hättest du gefragt damals und ich wäre da gewesen, für egal was. Ja, ich will jetzt sagen, kannst du mir helfen? Und dann räumen wir eine Bude von irgendwem aus. Ich wäre neben dir gewesen, weil nicht, weil ich dem schaden wollen würde, sondern einfach, um dir zu helfen. Dann habe ich aber dem Typen, der diesen Kurs gemacht hat, gut gefallen, dass er mich vermittelt hat. Und plötzlich war ich auf Montage überall dann mit 20. Und dadurch, dass ich handwerklich begabt war und die vielen Industriekletterer damals nicht so handwerklich begabt waren, sondern einfach nur Kletterer waren, meistens Studenten, die Fenster putzen wollten und so, die auch keine Angst hatten vor Dingen. Und ich konnte aber Sachen und deswegen wurde ich schnell überall eingeteilt. Ich konnte von Nieten bis hin zu bisschen Stahlbau, bis Spachteln, bis Malern, ging alles so. Deswegen ist das für eine Industriekletterer super. Und dann war ich von Straßburg bis England bis in ganz Deutschland überall klettern. Und dann habe ich aber gedacht, ey cool, jetzt verdiene ich irgendwie wieder was und komme aus meiner Pleite. Ich hatte ja riesen Schulden durch die kriminelle Zeit, muss man sich auch nochmal, Strafverfahren, dies, das, jenes. Das kostet ja alles auch Geld. Das heißt, ich war komplett insolvent und hatte schon irgendwie 90.000 oder 100.000 Euro Schulden erst mal durch Strafen. Da gibt es ja Strafverfehle und, 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 oder auch Schulden, sag ich mal. Kann auch nur mal schwarz fahren gewesen sein, wie oft du dann schwarz fährst. Die Insolvenz kommt ja trotzdem irgendwann und das läppert sich. Das habe ich dann rausgearbeitet und dann hatte ich immer ein bisschen Geld und war so, ey, nee, ich will Mucke machen, Alter. Die Schulden hattest du beim Staat, nicht bei irgendwelchen anderen Straßendudes. Nein. Das habe ich mir irgendwo geholt, was ich haben wollte zu der Zeit, aber damit kannst du ja nichts bezahlen. Weißt du, du bist ja auf legalen Wegen, musst du dich auch erstmal, das ist übrigens auch ein Punkt, dass viele es nicht schaffen. Weil wenn du einmal in diesem System verbrannt bist, sag ich mal, und du hast 150.000 Euro Schulden auf dem Papier an 50 Leute und du bist aber insolvent auf dem Papier und machst aber dann 60.000 Euro, weil du irgendwas hin und her schiebst und dann ist es dir scheißegal, ob du insolvent bist. Dann bist du in diesem Kreislauf wieder gefangen und den Mut zu haben, da rauszukommen, zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr for free praktisch und bezahle alles, damit ich wieder ins Grüne komme, ist auch heftig gewesen. Für mich hat es halt anderthalb Jahre gedauert oder zwei und dann war ich auf dem Grün und dann habe ich angefangen, wieder Mucke zu machen, richtig. Und dann auch zweimal noch im ähnlichen Umfeld, aber ich bin arbeiten gegangen, wenn die anderen Schäße gebaut haben, war ich so, ey, fuck it, Jungs. Tschüss, ich ziehe ab. Viel Spaß dabei. Und warst du immer noch in dieser Wohnung? Ja. Und dann hast du dann, also quasi die anderen haben ihr Mist gebaut, du bist da geblieben und hast angefangen oder weitergemacht, viel mehr Beats zu bauen. Beats bauen, habe ich, ich habe immer Leute gefunden, die gerne Beats gebaut haben und da hatte ich Glück, die dann auch das gesehen haben. Ich war nie der, es gab ja immer bessere auch, rap-technisch so um mich rum, aber ich hatte die Ausdauer und habe die so genervt, dass ich dann Platten produziert habe, ja, die ganze Zeit nebenbei. Und das heißt aber, dieser Moment, dieser MTV-Moment, der war dann, also, der war viel später. Der war, also der war dann mit 23, 24, das war bei Wölfe, das war 2014, 2014, 2013, habe ich schon, also 2012, habe ich schon eine relativ erfolgreiche Platte irgendwie independent gemacht, die auf Platz 8 gegangen ist. DPK hieß die Platte, die Firma, DPK war Dämonenpark-Click wegen dem Thai-Park, das gibt es schon urlange, also das ist, das ist der Circle, so der kaputt war. Und wir waren nur die Youngstars, von denen gibt es immer noch ein paar, viele Rappen davon und so und die sind auch, machen alle ihr Ding und ist auch super und ich bin mit allen cool. Aber es gab auch noch ein paar andere drumherum, das war nicht nur Rap, das war halt, wie gesagt, es gab ja noch die Gangs aus diesen Gang-Zeiten und dieser erste große Erfolg oder dieser MTV-Erfolg, war das dann schon bei 4Artists oder 4Music? 4Music war das, ja. Das war dann, also du wurdest dann schon gesigned, also du wurdest, ja, ich habe einen richtigen Müll-Deal unterschrieben, weil ich wollte einfach nur Mucke machen. Okay, was heißt Müll-Deal? Müll-Deal heißt, ich habe gar kein Geld bekommen. Ah, okay. Ganz lange, also ich habe auch ganz lange noch in einer Zwei-Zimmer-Wundung gelebt, ich glaube bis vor 3 Jahren. Wirklich? Ja, ja. Ja. Aber nicht, weil ich an diesem Deal, sondern ich bin Krebs, mich kriegst du, wenn ich einmal festsitze, so dann, ich brauche diese, diese gewohnte Scheiße, weißt du, aber als ich dann mir den großen Kaukasen geholt habe, da war er noch ein Welpe, bin ich schon mit meiner Frau zusammen gewesen und sagte, ey, Alter, hast du mal auf dein Konto geguckt, wir gehen jetzt in ein Haus, Mann. Wir haben hier, du hast einen Sohn noch und ich bin auch schwanger, ab in das Haus sofort und ich habe mich gewehrt, da war das Haus fertig übrigens auch. In der ersten Nacht, wo alles fertig war, war ich drin und ich sage so, ey, ich gehe zurück in die Wohnung, ich schlafe daher, weil mir ist es hier noch nicht fertig genug. Also du bist einer der Typen, die dann so, das kenne ich auch von Freunden, die so die alte Wohnung behalten, weil sie denken, es kann. Ich hatte die noch anderthalb Jahre lang. Na klar. Das wundert mich. Es kann ja irgendwas passieren. Das kann man meist ja nie. Morgen kann das alles wieder vorbei sein mit der Karriere. Kein Scheiß, kein Scheiß. Genau das war es.